hallo liebe patienten servus ihr kann das höhere liebe kann unity herzlich willkommen zur nächsten folge unserer sortenberichte ja diesmal geht es um die sorte critical cash von hawaii für mich ist es ein eher oldschool strain möchte ich jetzt mal sagen aber dazu mehr in diesem bericht ja und danke für die unterstützung geht an norddampf und plans for friends ja auch bei critical cash handelt es sich wieder um unbestrahlte blüten wunderbar sind außerdem ziemlich kompakt und auch echt groß im gegensatz zu manchen anderen sollten ja kommen wir nun wieder zur aromaprüfung critical cash also man schmeckt sofort dieses kuschige obwohl die temperatur noch nicht ganz erreicht ist aber die terpene kommt schon sehr gut durch ich liebe dieses critical das zitronige kommt nur leicht zum vorschein mehr dominiert das waldige erdige kusch aroma erdiges und würziges aroma entspricht dem was erfahrene patienten oder patientin von einem klassischen kusch erwarten würden abgerundet wird es von einem leichten zitrus noten würde ich jetzt mal sagen die sich vor allem nach dem zerkleinern erst so bemerkbar machen aufgrund der terpene fühle ich mich körperlich wie geistig eher entspannt und gelassen und ich mag die sorte wirklich gern das aussehen ist wie anfangs erwähnt top viele dichte kompakte blüten große bats und die auch noch sehr ergiebig sind ja so wünscht man sich das ja was mir mittlerweile was fast bei vielen medizinischen blüten fehlt ist dieser ist das klebrige aber das liegt vielleicht an dem ertrocknungsverfahren medizinischen bereich so kommen wir aber jetzt zum drückte so dann werden wir uns das mal an das knistern gehört und ja ich finde so muss es eigentlich sein und vielleicht wie gesagt wie erwähnt ein bisschen mehr harz für dich mir wünschen dass es mehr klebt aber ansonsten ist es eigentlich eine gute potenz eine gute kompakte blüte übrigens critical cash hat ein thc gehalt von bis zu 23 prozent und in den deutschen abos ist es als awaii 23-1 ck erhältlich critical cash ist ein indica dominanter hybrid und hat sehr gute eigenschaften die ich gerade tagsüber empfehle sie wirkt eher appetitanregend macht kreativ und manche berichten auch von schlaffördernden eigenschaften kann ich bei mir eher nicht so sagen ja die preisliche meinung bei awaii kann nicht bald vom domon abspielen weil ihre preise recht stabil und patientenfreundlich sind also ein guter preis die preise können sich natürlich wie immer von apotheke zu unterscheiden unterscheiden und liegen bei unserer apotheke bei stabilen 9 euro so schauen wir uns noch den stammbaum an critical cash ist eine aus amsterdam stammende kreuzung aus critical mass und og cash angebaut werden diese blüten in südafrika von der firma pharmagruers deren anlage eine moderne gmp konforme einrichtung ist die begann im august 2020 mit der produktion von medizinischen cannabis als pioniere in afrika bauten sie dann gemeinsam mit partnern diese aufstrebende industrie auf wobei ein ressourcenschonendes und nachhaltiges konzept die grundlage bildet so jetzt zeigen wir euch aber mal die grafik über die aufstellung des tapen profils und wie immer den hinweis der tapen gesamt galt und die verteilung der chargen können natürlich naturgemäß variieren wir haben hier den größten anteil leider kann ich euch das nicht ganz genau in prozenten diesmal sagen von nur zehn und danach kommt limonen und pinen die eigentlich ziemlich den gleichen anteil haben ja und dann noch ein bisschen karo filen und das war es eigentlich und nun zur zusammenfassung critical kasch ist ein indica dominanter hybrid mit einem thc gehalt von 21 prozent und einem cbd gehalt von zu einem prozent der geschmack ist eher erdig würzig bis zitronig so und jetzt noch zum persönlichen fazit ja wie schon am anfang erwähnt zählt die sorte für mich zu den oldschool sorten die haben sich einfach bewährt wenn ich diese wirkung ist zuverlässig sind ihren aber auch gut für den tag geeignet also critical ist einer meiner favoriten und diese kreuzung ist geschmacklich ein muss für kusch freunde und natürlich ein wirklich gutes preis leistungsangebot also leute zugreifen und probieren solange es auf lager ist würde ich sagen in diesem sinne bleibt gesund wir lesen uns hoffentlich in den kommentaren was sind eure erfahrungen mit dieser sorte und bis dahin wir sehen uns beim nächsten mal mario mega du warst richtig super ich bin der roland von plants for friends in salzburg wir haben genau die sorten auch im angebot solltet ihr irgendeine andere sorten haben wollen wir können jede sorten als sämmling ziehen wir haben über 20 sorten stecklinge wir haben über 20 sorten sämmlinge eigentlich immer lagern aber ihr könnt jederzeit zu plants for friends kommen kommt vorbei sagt eure wünsche wir ziehen euch die vor in jeder grüße die ihr haben wollt ja auf zu plants for friends und spaß haben ja